Jan Böhmermann steht vor Gericht und ist das Urteil, welches gefällt wurde, nicht genehm, so dass er in die Revision gehen möchte. Gegen den Imker, der nämlich eben diesen Honig hier auf den Markt gebracht hat. Da ich diesen kostenfrei zugeschränkt bekommen habe und noch die anderen, die der Imker anbietet, liebe Grüße und vielen Dank, geht raus, steht jetzt hier auch Werbung. Ist keine bezahlte Werbung sonst was, aber damit ich hier keinen Ärger mit den Behörden bekomme, habe ich hier Werbung hingeschrieben, weil ich ja jetzt hier dieses Produkt auch zeige. Also ganz leckerer Honig, ich kann ihn wirklich nur empfehlen und mit diesem Aufkleber drauf ist das halt wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Unterstützt meiner Meinung nach diesen Imker, ich rufe sowas nicht auf, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen rein, aktuelle Lage. Viele von euch werden sich an diese Situation erinnern, dass ja hier über diesen Honig philosophiert wurde von dem beliebten Moderator und Satiriker Jan Böhmermann. Und daraufhin ist der, ja wie soll man sagen, der Imker nicht so begeistert gewesen über die Situation, hat sich gedacht, okay, mach mal eine kleine Retourkutsche. Und da kam dann eben zum Beispiel halt dieser Honig hier raus. No, zack, dieser hier mit der Cancel Culture, wie man sehen kann. Das wiederum gefällt dem Herrn Böhmermann nicht so. Also, wir sehen jetzt die aktuelle Entwicklung dazu. Der Imker hat, weil das natürlich massive Prozesskosten sind, die da bestehen, eine Spendenkampagne gestartet, wollte, das Spendenziel lag bei 20.000 Euro, diese zusammenbekommen und hat schon 50.000 Euro. Nochmal, jeder muss selber wissen, was er mit seinem Geld macht. Ich sage nicht, kauft das Produkt, unterschreibt eine Petition oder spendet für jemanden oder sonst was. Außer es ist für mich, dann bin ich uneigennützig. Entscheidet immer selbst, bildet euch selbst eine Meinung, ist das in Ordnung, braucht der Mann das, hat er das verdient und ist das sinnvoll, ja oder nein, das müsst ihr wissen. Im Bild hier zu sehen, der Rico Heinzig, so heißt der Mann und Bio-Imkerei wehrt sich gegen Jan Böhmermann, heißt es hier. Spendenziel 20.000 Euro, erzielt knapp sogar 60.000 Euro, sehe ich jetzt gerade. Wir aktualisieren nochmal, ja, 59.875 Euro, wo ich das Video gerade aufnehme. Mal gucken, wenn es online ist, können wir den Link mal überprüfen, vielleicht ist es sogar noch mehr geworden. Sage und schreibe 2.100 Spenden, die da eingegangen sind. Wir sehen offensichtlich, gibt es zahlreiche, ganz, ganz dubiose, böse Leute, die hier gegen Jan Böhmermann unterstützen möchten, gegen ihn gerichtlich vorzugehen. Ganz einfach. Und wenn wir zurückgehen zu diesem Bildartikel, die da aktuell darüber berichten, Zitat, mit einer gewaltigen Spendenaktion sammle Gebührenzahler derzeit Geld für einen Sachsen, damit der sich gegen ZDF-Satiriker Jan Böhmermann wehren kann. Auf dem Portal GoFundMe kam für einen Prozess bereits mehr als 52.000 Euro zusammen, stand 18. März 12.30 Uhr und jetzt sind es ja mittlerweile schon fast 60.000 Euro. Und das Geld soll Bio-Imker Rico Heinzig aus Sachsen zukommen, wie es hier heißt. Der hatte sich öffentlich gegen Spott des TV-Stars gewehrt und wurde anschließend von Jan Böhmermann mit einem Prozess überzogen, wie es hier heißt. Und das gucken wir uns gerne auch nochmal gemeinsam an. Wir sehen das ja hier. Böhmermann geht gegen Bienenmann in Berufung. Da ist das Ganze ja schon durch. Und so hatte er es ja hier angepriesen. Man sieht das ja hier bei meinem Gläschen. Da ist das Gesicht ja nicht mehr zu erkennen. Einfach aus Schutzfunktion, weil das ja gerade schwebendes Verfahren ist und so weiter. Und hier sieht man es ja noch klar. Und der Herr Böhmermann möchte offensichtlich nicht, dass mit seinem Gesicht hier geworben ist. Aber das Gericht hat das so ein bisschen anders gesehen. So habe ich das verstanden. Die Anwälte von Herrn Böhmermann haben beim Oberlandesgericht Dresden am 7. März Fristgerecht Berufung gegen das Urteil hier eingelegt. Und der Rechtsstreit Böhmermann, my honey, so heißt der Hersteller des Honigs, geht weiter, wie es hier heißt. Also wirklich ein ganz, ganz dubioser, spannender Fall. Mal gucken, was da über die nächste Zeit dann noch rauskommen wird und wie das schlussendlich dann auch enden wird. Wenn wir uns das Ganze, und wie gesagt, es ist keine bezahlte Werbung, aber ich gebe dem Herrn gerne meine Reichweite hier an der Stelle. Der Honig schmeckt wirklich gut. Das ist meine persönliche Meinung. Und wer gegen den Herrn Böhmermann Unterstützung braucht, das leiste ich auch gerne. Ich hatte ja bereits ein anderes Video dazu gemacht und jetzt gerne hier dieses Update-Video. Denn, bei my honey, sehen wir das ja hier, ist deine Bio-Imkerei ums Eck. Wir setzen uns jeden Tag für leckeren Honig und gesunde Bienen in deiner Hood ein, wie es hier heißt. Und das ist doch toll. Das ist wirklich jemand, der kümmert sich um Umwelt, der kümmert sich um Natur. Und da kommt noch ein tolles Produkt bei raus. Ist das nicht toll? Das finde ich schön, wenn sowas mal bei den Grünen passieren würde. Aber gut, da reden wir ja über ganz dubiose Situationen. Und ich swipe hier extra mal so ein bisschen die Bilder durch, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was hier so abläuft. Und hier wird ja auch nochmal darüber berichtet. Das Ganze schwelt ja auch schon seit einigen Monaten. Der Artikel hier ist ja bereits vom November 23. Und das hat nicht gefallen, wie es so schön heißt. Ansonsten, wir gucken auch gerne hier nochmal in den Honigladen, wie es hier heißt. Da gibt es den Stadthonig. Und hier der Cancel Culture Honig, den ich ja auch hier habe. Das ist dieser hier, wie gesagt. Und 2 Millionen Followers Honig. 2 Millionen bestäubte Blüten in einem Glas. Das Idealgeschenk für alle, die schon alles haben, wie es hier heißt. Und ja, man muss natürlich fair dazu sagen, Honig ist teuer. Aber wenn man sich mal angeguckt hat, ich gucke noch so einen anderen YouTuber gelegentlich. Grüße gehen raus. An den Florian, der, wie heißt er denn nochmal bei YouTube, der Selbstversorger Rigotto. Der wiederum hat mal gezeigt, wie aufwendig ist es wirklich Honig zu machen. Die Waben dann rauszunehmen, alles zu machen. Regelmäßig, auch über die ganze Zeit, während die Bienen das ja machen. Dann die Bienen zu pflegen, in Anführungsstrichen. Und dann, wenn nachher der Honig destilliert wird, nennt man das so. Ich weiß es nicht, wo der rauskommt. Das ist schon eine Mordsarbeit. Deswegen, der Honig ist teuer. Gar keine Frage. Aber ich bin ein Honig-Fan, muss ich ganz klar sagen. Wir sehen, hier aktuell ausverkauft ist dieser hier. Das Dreierbündel. Aber sonst von den anderen sind noch ein paar verfügbar. Und das Kilo liegt hier wirklich bei 26 Euro. Das ist schon heftig viel Geld. Definitiv, muss man wirklich ganz klar sagen. Ja, aber nichtsdestotrotz, schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut, muss man ebenfalls hier an der Stelle erwähnen. Das Ganze auf den Prozess jetzt nochmal hier zurückzukommen. Bin ich gespannt, was passieren wird. Jetzt ist er auf jeden Fall finanziell so abgesichert, dass er diesen Prozess auf sich zukommen lassen kann. Der liebe Rico, größte ihn raus nochmal an der Stelle. Denn er updatet ja hier auch die Informationen. Eigentlich brauchte er 20.000 Euro, wie eben angemerkt. Aber hat jetzt hier 30.000 Euro mehr zur Verfügung. Zur freien Verfügung, wie er sagt. Und will darüber jetzt erstmal schlafen und nachdenken, was er damit macht. Und ich hoffe, das wird irgendwas Schönes sein für die Natur. Vielleicht auch für seine Firma. Ich würde es ihm nicht verübeln, wenn er hingeht und sagt, die 30.000 kann er gewinnbringend und sehr sinnvoll in seine Firma investieren. So, dass man vielleicht noch einen Cancel Culture hoch 2 oder die Variante 3 oder sonst was irgendwie etabliert. Da muss man halt als Geschäftsführer dann auch sehr, sehr einfallsreich sein, damit sowas funktioniert. Oder er investiert es in gute, sinnvolle Werbung, damit dieser Honig und sein Projekt dort weiter bekannt werden. Und ebenfalls auch sein, ich sag mal, seine gerichtliche Auseinandersetzung hier mit dem Herrn Böhmermann. Denn, wie es ja hier heißt, speziell nochmal zur Urteilsbekundung, Satire fällt unter den Schutz der Meinungsfreiheit. Ja, und oftmals nehmen ja manch ein Komiker im Fernsehen diese Satire und die Meinungsfreiheit für sich in Anspruch. Aber auf der anderen Seite soll es dann nicht gelten, soll es dann nicht funktionieren. Das ist halt schon sehr, sehr traurig, wenn man sich das mal überlegt. Wie gesagt, ich halte euch im Laufenden. Abonniert jetzt gerne den Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten und ciao.